Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer mehr stressgelagte Menschen entdecken die Vorteile vom Wandern. Herz, Muskeln und Lungen werden trainiert und die erste Wanderung bringt einem die Schönheiten der Natur so richtig vor Augen. Grob hat auch zu diesem Thema eine Fitt- und Munterbroschüre herausgebracht, die unter anderem Informationen über die zweckmässige Ausrüstung enthalten und auf was man muss schauen beim Packen. Man kann sich informieren über das Kartenlesen ohne Kompass und man sieht, was für Wetter die Wolken ankündigt. Was für Pflanzen man nicht pflücken darf, all das steht in dieser Fitt- und Munterbroschüre. Wichtig beim Wandern ist natürlich auch das Essen. Alles, was man braucht für einen Rucksack, für eine Zünftige zu neun oder für eine stärkende Zwischenverpflegung, finden Sie bei Grob. Bei Grob finden Sie auch morgen, übermorgen und am Samstag. Die Nektarinen aus Italien, das Körbchen an ein Kilo nur, ein 80. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Grob. Grob eisst Hey im Beutel, 100 Gramm statt 80 nur 60 Rappen und 50 Gramm Kalorienarm statt 90 nur 70 Rappen. Gala Spaghetti, zweimal 500 Gramm statt 260 nur 2 Franken. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!